Musik Willkommen in Ihrer Digitalbücherei Steinfurt. Sie haben gewählt Hänsel und Gretel aus dem Jahr 1810. Haben wir das gewählt? Ja, da stand es auf meiner digitalen Karte. Frau und sein zwei Kindern. Das Bübchen hieß Hänsel. Märchenstunde mit Kuni Gunde. Was anderes hatten die nicht? Nee, leider nicht. Wer hat uns eigentlich diese Zukunft hergesagt? Rumwälz, herumwälz, herumwälz, herumwälz. Was denn jetzt? Akku leer. Hi, ich bin Paula. Ich bin Johanna. Und ich bin Sophia. Zusammen leiten wir das Projekt Steinfurt im Jahr 2040. Worum es genau geht? Wir wollen einen Zeitsprung wagen. Einen Spielfilm drehen. Und dabei eure Ideen umsetzen. Was könnte zwischen heute und 2040 passiert sein? Falls ihr supertolle Einfälle habt, her damit. Und falls ihr Bock habt, an einem Spielfilm mitzuwirken. Oder sogar mitspielen. Dann meldet euch einfach an. Wird bestimmt irre lustig. Wir starten am 12. April um 18 Uhr. Wo? In My43 in Borghorst. Aber ihr solltet euch vorher anmelden. Geht auch ganz leicht über das Kulturforum Steinfurt. Oder über die grüne Alternative Liste. Ja, geht auch. Also, anmelden und vorbeikommen. Kommt mit uns in die Zukunft. Wir freuen uns in der Zukunft. Wir freuen uns jetzt schon auf euch. Der Countdown läuft. Wegunkträume. Weginkträume. Wegkwandel. حne. Wegkwandel.